Hallihallo, hier ist der Guzoa wieder am Start. Wir hoffen auf gute Gegner, die wir im Nachtdorf, im Bauarbeiterdorf, im Meisterdorf, wie auch immer, bekommen und dann angreifen können. So, jetzt gucken wir mal, ist es eventuell clever, hier noch Barbaren zu setzen, der ist relativ gut schon, beziehungsweise relativ weit, jetzt muss ich mal überlegen, aber, da ist die nächste Luftabwehr, Luckys, ich würde das mal so probieren. Ah, komm, jetzt, ah, der Multi ist so hart, so, jetzt, ah, nee, 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 noch nicht, ah, scheiße, ich dropp den schon, ja, geht, aber passt, passt, Junge, passt, so, da können wir noch einen Drago setzen, da können wir noch einen Drago setzen, da setzen wir noch einen, und dann haben wir den letzten, den machen wir da, dass sich die Luftbomben, ja, langsam da schon, aber ganz ehrlich, auch wenn das jetzt hier auch kein Win wird, aber es geht schon mal definitiv in die richtige Richtung, also, es klappt schon langsam besser, als halt direkt am Anfang, na, kriegen wir das hier vielleicht sogar noch, na, schade, bam, ist er weg, aber auch fast 60%, ich meine, also, wie gesagt, bin ich der Meinung, da muss ich auch schon mal so ein bisschen zufrieden sein, dass ich sage, ey, so verkehrt läuft das doch gar nicht, weil, die sind ja jetzt nur auf 8, und, klar, auf 10 knallen die natürlich mehr, brauchen wir uns nichts erzählen, das ist logisch, aber, dass man da schon mal so langsam in die richtige Richtung geht, mal gucken, wie ich angegriffen werde, ob der mich hier komplett zerlegt, oder ob das hier, ja, ja, der zerlegt mich hier komplett, dann geht es natürlich für mich pokalmäßig wieder runter, schade, wenn ich schon auf 1700 war, ist das natürlich ein bisschen lame, aber so ist das Leben. Andere Sache, ich wurde von Start Select angeschrieben, die würden sich mit mir um ein Sponsoring bemühen, und da würde ich gar nicht mal so Nein sagen wollen, weil ich habe mir jetzt die Seite selber mal angeschaut, war vollkommen seriös, kann man sich halt Gamecodes und sowas holen, und die würden mich halt in Gem-Sachen unterstützen, finde ich ziemlich nice, mal gucken, ob das was wird, da bin ich gespannt, und behalte ich euch definitiv auf dem, oder halte ich euch auf dem Laufenden, und dann hoffen wir mal, dass das was wird. Ah, da wieder zwei Babydragos, das ist ärgerlich, 36%, hier nochmal einen droppen, so, und jetzt los hier, aber das ist wieder zu, zu schwierig, bin ich noch nicht so der Pro mit den Babydrachen, ja, fast die, fast die 50%, aber halt nur fast, okay, weiter geht's. Also wie gesagt, auch wenn ich da jetzt mehrere Klatschen hintereinander kassiere, juckt mich gar nicht. 50% zerstört, somit war das schon, Meisterhütte auch geholt, aber dann würde ich gerne nochmal kurz reingucken, wie gut oder wie schlecht der reinkam. Ah, okay, er hatte auch schon wieder die Kampfmaschine. Dann ist das natürlich auch wieder was anderes, aber die muss ich auch holen, ist definitiv ein Gamechanger. Hat man doch nochmal ein bisschen was, wie als wenn man den, äh, den Riesen halt, äh, den Riesen, den König halt eben auch auf Level 1 hat, man hat ihn aber wenigstens, das ist schon mal so ein bisschen, äh, was dazu. So, jetzt gucken wir mal. Da und da. Es kann auch sein, dass ich einfach zu schnell droppe, dass es halt einfach, ähm, noch, dass ich mir noch viel mehr Zeit lassen müsste, um halt zu gucken, wie laufen die Drachen, das können, oder wie fliegen die Drachen. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das einfach nur zu viel dicht beieinander und so weiter und so fort ist. So, jetzt die Luftabwehr, die muss jetzt natürlich fallen. Das wäre nice. Jetzt kommt der nächste gleich. Da ist der Rage noch am Start. Luftabwehr, Luftabwehr, Luftabwehr. Ja, jetzt killt die, genau. Und jetzt gehst du bitte auf die Meisterhütte. Klar, jetzt ist natürlich der Boost wieder weg. Wow, hui. Knapp, schade. Wieder nur knapp, aber schade. Ähm, muss besser werden. Hat für einen Sieg gereicht, aber ich weiß, dass es nicht der Knüller war. Würde ich mir gerne angucken, kann ich jetzt aber nicht, weil meine Zeit läuft. Die sechs Minuten laufen natürlich. Deswegen hier nicht. Hier probiere ich gar nicht erst. Probier ich da dritt. Na, die waren nicht zu... Ne, die waren noch okay. Also, die sind... Jetzt sind sie zu dicht aneinander. Nun, mach. Dann kriegst du halt den Baby Drago kaputt. Klar, logisch. Jetzt kommt aber der nächste. Und los geht's. Kommt, killt die Luftabwehr. Killt die dumme Luftabwehr. Zack, gleich den nächsten ran hier im Rage. Ganz genau. Schön alle im Rage. Ja, genau. Läuft. So, Tesla. Weiter geht's. Ich hab noch zwei. Ganz genau. Tesla läuft. Ah. Kriegen wir das hin? Das war die von... Von hier aus. Hier die Meisterhütte. Komm, hier. Läuft. Kommt. Ja, genau. Und jetzt auf die Meisterhütte? Ah, Luftabwehr wieder. Aber ich meine, ein bisschen was hält er ja auch aus. So ist es nicht. Aber jetzt der Hütte... Oh ja, super. Ist cool. Ah, schade. Nur den... Nur den einen Stern. Ich hätte gerne den zweiten noch mitgehabt. Ich muss aber wirklich dazu sagen, weil die Base-Layouts sind halt schwieriger, hatte ich ja in den letzten Videos dann auch schon gesagt, es wird halt wirklich schwieriger nur mit den Barbaren anzugreifen. Und deswegen sehe ich da mehr Chancen. Hier haben wir nur eine Luftabwehr, richtig? Dann würde ich... Das ganze Zeug... Da würde ich eventuell noch mal ein bisschen changen. Für ein paar Prozente, die Luckys. Ah, da ist der Boogie-Turm schon wieder. So, und jetzt gucken wir mal. Eins, zwei... So, jetzt nimmt der natürlich hier alles mit. Ja, die Luckys haben gar nichts gebracht bis jetzt. Doch, wohl. Doch, doch, doch. So, los. Jetzt gib ihm. Ah, da geht auch schon die Luftabwehr ran. Krasses Pferd, Digga. Was soll das? So, und hier jetzt noch mal ein bisschen supporten. Aber nicht zeitgleich, weil sonst kaputt. Aber der hat nicht viel gerissen. Der ist nämlich jetzt schon Zuschauer. Aber ich habe auch noch nicht viel gerissen. Ich bin bei 40%. Und das ist nix. Die sind alle nicht im Rage. Schade, 48. Ne, da wird nichts mehr. Aber, wie gesagt, gucken. Schauen wir mal. Hat's auch... Ich hab's nicht verdient. Wirklich, es war nicht verdient. Ganz ehrlich, war nicht verdient. Aber wir sind wieder auf 1700, beziehungsweise sogar ein bisschen drüber. Zwei Luftabwehren. Das ist noch zu hart. Da würde ich gerne... Soll ich mir Luckys noch aufheben für die Prozente? Ich werde das machen. Ich werde, äh... Barbaren nehmen. Und... Mit Barbaren auch teilweise clearen. Mal gucken. So krass, die Reichweite geht gar nicht. Aber... Es hat gereicht. Für 4%. Dann haben wir hier ein Lucky. Dann haben wir hier ein Lucky. Und das ist das, was ihr vielleicht... Kann doch sein, dass ihr sagt, nö, das habe ich gar nicht vermisst. Aber diese Durchdenken, sag ich mal. Ich habe die ja zuvor wirklich einfach nur gedroppt und fertig. Scheiß drauf, egal. Und das probiere ich natürlich jetzt schon ein bisschen besser zu machen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das hier irgendwie so ein bisschen supported bekommen hier. Meine kleinen Barbaren. Ja, genau, läuft. Nice. Da brauche ich nicht mit Luckys ankommen. Weil der Bogenturm halt da ist. So, nun komm, weg. Genau. Und jetzt gucken wir mal, was du hier für mich bereithältst. Klar. Garantiert die ein oder andere Falle. Ne, jo, passt. Läuft bei dir. Noch ein paar Punkte so machen. Und jetzt gucken wir mal, das war sobald die Luftabwehr weg wäre. Oder Luftabwehr rennen, weil sonst kann ich mich dagegen nicht wehrennen. Ne. Dann gucke ich jetzt, dass ich vielleicht noch die, äh, die paar Prozente bekomme. 1, 2, 1. Gucken wir mal wirklich außerhalb vom Bogieturm noch hier. Ein paar Prozentchen gesnackt. 47, 49 müssten es sein. 50, ja, juhu. Immerhin auf die 50 Prozent gerettet mit einem Stern. Aber der Gegner spielt auch noch. Somit wird der mich garantiert weggespielt haben. Ja, 52 Prozent. Okay, passt aber. Ist vollkommen in Ordnung. So, jetzt haben wir natürlich unsere 500.000. Das ist nice. Ich würde danach gerne upgraden. Und, ja, da lasse ich mir einfach die Zeit. Aber wie gesagt, fürs Sternenlabor. Aber, wenn wir die Kohle dafür noch nicht haben, beziehungsweise das Elix, könnten wir theoretisch, ach, das dauert zwei Tage. Ne, die möchte ich nicht warten. Alleine, weil ich halt wirklich mit den, äh, Truppen halt schon weiterkommen will. Also, sprich mit den, äh, mit den Lufttruppen. So schaut's bei mir momentan aus. Ansonsten will ich gerne nochmal kurz, n, ne, Burg checken. Gucken wir mal rein. Gucken wir mal. Mr. Ellie Clasher YouTube. Kleinen Moment. Dann würde ich gerne gucken, ob du direkt ein YouTuber bist. Ja, bist du? Ich guck mal gerade rein. Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans. Also, Ah, also, wie ihr seht, meine Base ist jetzt schon fortgeschritten. Also, ich hab jetzt da schon, ich glaub, wir können mal... Die sieht ganz, die sieht ganz nett aus. Und das Video ist schon ein halbes Jahr alt, oder so? Also, ich hab jetzt schon 37, glaube ich, 10 mal, 213 fehlen noch. Das wird noch etwas dauern, aber ich werde eh nicht alle Off-Level 10 machen. Schade, dass es ein bisschen leckt, aber es wird am Schnittprogramm liegen. Dann zwei Luft. Aber gut, okay. Also, passt doch. Aber ich denk mal, nicht so mega aktiv, weil sonst wären halt mehr cooler Loot. Ja, das ist richtig ein niceer Loot. Ganz gut gebrauchen. Also, die Queen Band in eine Minute. Läuft. Dann bilden wir gleich noch mal. Läuft auf jeden Fall. So, dann gucken wir uns das mal an. Geben wir uns das mal an. Also, bis dahin ist natürlich eine Menge passiert. Würde ich gerade erst mal gucken, was so passiert ist. So, gehen wir mal aufs Heimatdorf und sagen, wir suchen. Mit Dragos am Start. Cooles Ding. Die Helden hatten, die hast du noch nicht höher geholt. Ich bin der Meinung, die waren im Video von vor fünf Monaten oder sowas, waren die genauso hoch. Aber die musste man machen. Auf jeden Fall. Und dann kommen wir natürlich gleich, genau. Kommen wir gleich zum ersten Punkt. Hier, hier, hier. Hau die Bohrer hoch. Hau die Bohrer hoch. Mach da Level 6er draus. Dann bist du richtig gut dabei. Und dann gibt's da auch richtig schön Elix. Dunkles Elix. Und dann läuft das ganz nice. Also wirklich, dann ist das in Ordnung. Ansonsten sehe ich hier wirklich schon wirklich richtig gut gemaxed. Auf jeden Fall. wichtig für dich ist, ja, denke ich mal, die Mauern halt. Aber wie gesagt, Mauern, du hast ja im Video selber gesagt, müssen nicht alle auf 10 sein. Wäre auch wirklich nicht nötig. Klar, später hast du das Problem eh, logisch. Aber, hau die Helden hoch. Hau die Fu-King-Helden hoch. Das ist wirklich das Ding, das Hauptaugenmerk. Und wie gesagt, ich will natürlich auch wieder in die Richtung kommen, auf jeden Fall. dass ich eben auch wieder in Champ 1 bin und dann halt eventuell noch ein bisschen höher gehe. Das wäre so mein Ziel. Aber ich will halt nicht zu viel Zeit investieren. Darum geht es mir. Ne, ansonsten passt das auf jeden Fall mit den Dragos und Drachenbabys. Und glaube ich, ist das eine gute Sache. Jetzt gucke ich mal kurz ins Bauarbeiterdorf. Da bist du schon ein bisschen, also ein bisschen weiter zumindest als ich. Würde ich jetzt mal sagen, passt 1900 schon. Nice. Läuft. Cooles Ding. Cool. Das war's dazu. Ich hoffe, es gefällt euch, hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut mal rein, ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao, ciao.